ARD Text im Auftrag von Funk Wo war der Kellereingang? Geh dahin! Find bestimmt auch einen anderen Weg hier rein. Gibt es keinen anderen Weg rein? Das ist ja geil. So, ich strecke meinen Kopf raus. Zack, abgebissen. Wollen wir wissen, wo der fiese Hai ist. Oh, was hat mich denn jetzt erwischt? So eine scheiße Seeschlange. Irgendwas. Oh, das sieht lieber böse aus. Also mich wollte der beißen. Wahrscheinlich eher fressen. Was macht denn meine große Waffe? Sie schießt. Also die Waffe ist sehr gut. Vom Schaden her. Bisschen du. Hai, verfolgt mich. Das ist schon krass, ne? Manchmal ist es so still, da passiert gar nichts. Dann hast du eine Welle von über 10 Haien. Spiel ist eigentlich voll unrealistisch, ne? Ich habe ja schon längst an Muskelkater gestorben. Nach den ganzen Missionen. Ist ja jetzt fertig. Sohn. Und dann ist es sie am Koffer. But dann... Entonces wäre das, wenn viele Stunden gethorschen. Sohn. War aber so eine Seekuhschlange. Ich habe auch gar nicht darauf geachtet, wie der große Hai heißt, war bestimmt weißer, oder? Also irgendwie, das war mal eine Flosse, ne? Ah, guck mal doch. Okay, jetzt kommt neu. Ja, ich lade nach, scheiße. Habe ich mir doch gedacht, dass da was lauert. Arsch. Entfahren wir jetzt ordentlich Schuss mit der Waffe? Für die Finder sind nicht so schnell Muni, das ist das Problem. Da haben wir was. Okay, ich glaube, schickt ihr uns was Größeres. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.